Hallo liebe Freunde, ich bin gerade im Wald unterwegs und habe einen Fäustalamander gefunden. Wir sind wirklich schöne Salamander, die ich gerade beim Farmenrad entdeckt habe. Über Fäustalamander habe ich bereits ein Video gemacht. Momentan sind sie gerade am Weg zum Überwintern, denn bald kommt der Winter. Fäustalamander sind nicht wirklich schar, da sie kaum Fresswände haben. Man sollte sie allerdings nicht abschlecken, weil sie Salamanderin auf der Haut haben. Da ist ein Gift, welches nicht tödlich ist, aber auch nicht wirklich gesund.